Ich bin die Simone Weiler, lizenzierter Jugendwart bei der SV OG Steinheim seit 2007. Und ich bin Melissa Heckel, ich bin Ausbildungswart in der OG Steinheim und auch lizenzierte Jugendwartin. Ich war früher ganz viel im Jugendbereich tätig, darf jetzt seit zwei Jahren leider nicht mehr starten und mir ist die Jugendarbeit ganz arg wichtig. Und ich stehe da voll da hin. Ich bin die Nina, ich bin 18 Jahre alt und ich habe von dem Vereinskamerad jetzt einen Hund zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem ich jetzt im ÖPO anfange. Und da ich das noch nie gemacht habe, muss ich das selber alles noch lernen und deswegen üben wir jetzt über eine Fertigung. Hallo, ich bin der Luca, bin 16 Jahre alt und mache schon seit zwei Jahren Hundesport im Bereich E4. Und das ist die Firma. Also ich bin Mathea und Drister ist mein Hund Chipsy und wir machen jetzt seit einem Dreivierteljahr ein Chipsy. Hallo, mein Name ist Jan Kreuzhofer, ich bin seit fünf Jahren im Hundesport aktiv, das ist die Shelly. Und meine größten Erfolge im Agility waren Teilnahme an der PSP und an der deutschen Jugendmasterschaft. Ich bin Lara, bin 13 Jahre alt, ich bin ein Team Paula, ich mache mit der seit einem Jahr Agility und bin mit der auf der Landesjugendkarte Landesslerin geworden. Ich bin Jan Arena und das ist die Nina und wir sind zusammen mit den Jugendlichen. Hallo, mein Name ist Jan Kreuzhofer, das ist die Akila und mit ihr mache ich schon seit zwei Jahren Agility und ich bin Vize-Deutscher Meister im Agility geworden. Das ist die NRT und das ist mit der Jessy und ich habe angefangen mit dem Hund zu machen. Kannst du noch mal, Quint? Ich bin Tom, ich bin 18 Jahre alt, mache jetzt seit einem Jahr mit dem Hund Hundordnung und habe vor kurzem erst die Begleitunnelprüfung gemacht. Und das ist die Claire. Aus! Platz Okay Guck 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 Platz! Aus! Gut, und jetzt erst durch die Gruppe durch. Denk dann recht, kommt ein bisschen zügiger. Okay! Super! Ja! Okay! Was? Ja! 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 Guck! 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 Ja! Ja! Guck! Gute! Okay. Ja! Gute! 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 Kommt! Nein! Fuß! Halt! ... ... ... ... ... ... ... und ein Laufmann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Voran! Aus! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.